Ich bin Prof. Dr. Snösel. Beim letzten Thema haben wir ja schon darüber gesprochen, dass wir gesprochen haben. Das neue Gezimmer wird sein. Wir reden über das, was wir beim letzten Mal nicht besprechen konnten. Durch dieses Phänomen ergibt sich mir einen nicht durchdringenden Gedankengang, den ich bis heute nicht weiß. Du bist sogar nicht so schlau mit spüßt. Ja, lassen Sie mich genau erklären, wie ich zu dieser Lage komme. Beim nächsten Mal werden wir dann über das reden, über das ich jetzt nicht reden kann, weil mir jetzt gerade die Geduld fehlt. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen. Guten Tag.